Willkommen auf meinem Kanal und wir spielen eine Runde Trombone Champ. Ein Trombone ist eine Posaune. Das Spiel ist in Englisch, ist aber völlig Bohnen, denn ich glaube, das muss man nicht können in dem Spiel. Sprache. Ja, ich spiele Posaune, so gut ich es kann. Mal schauen, wie es wird. Ich glaube, ich brauche jetzt schon eine neue Hose, weil ich mich ein Ness hier vorlache. Okay, wir machen einfach mal Play, würde ich sagen. Und ich spiele das jetzt auch zum ersten Mal. Also, ich habe das nicht geübt, gar nicht. So, choose your Trombone. Okay, ich muss schauen, wie ich aussehen soll. Hier, das finde ich, das war sehr souverän hier. Den hier, den nehmen wir. Und los geht's. Okay, wir müssen jetzt auch suchen, welchen Track wir spielen. Wir können nur Warm-Up machen. Warm-Up your Trombone with a simple Warm-Up. Perfect for first-timers. Okay, also wir machen ein kleines Warm-Up. Los geht's. How to play? Move the mouse forward and backward. Okay. Also rauf und runter. Ähm. Okay. To move the slide. Okay. Press the left-Mouse-Button or any letter key to twos. Okay. If you play well, you build Combos. Also, ich kann Combos erstellen, wenn ich sehr gut spiele. Und ich verbessere dann mit meinem Champ-Meter, was auch immer das ist. Ähm, ja. Und ich bekomme Punkte. Punkte sind immer gut. Watch your breathe-Meter if you hold a note for too long. Ah, mache ich das mit der linken Maus? Hast du meinen Atem halten? Okay. Egal. Wir müssen, wir müssen üben. Oh mein Gott. Okay. Es geht los. Festhalten. Oh, ich muss rum. Ah, so rum. Ah, so rum. Ah, so rum. Ah, so rum. Oh. Oh, war bis jetzt gar nicht schlecht. Ja man, das geht ab. Ich würde sagen, Alter, Naturtalent. Hoppala. Der letzte war nicht so gut. So, nun gibt es Punkte. Was habe ich denn? Ey. Ah. Fast, fast das Beste. 343 Toots habe ich bekommen, was auch immer. Track Select. Ja, ich will weitermachen. Aber was ich gerne mal umkehren würde, ist die Lenkung, wenn das geht. Also wenn ich nach unten ziehe, die Maus geht er hoch. Das ist so ein bisschen verwirrend. Mal gucken, ob das geht. Kann ich hier was einstellen? Advanced Settings. Ja, das wäre gut. Graphics. Okay, das ist Banane. Controls. Invert. Ja, bitte. Not Invert. Das ist gut. Aber jetzt habe ich mich vielleicht schon dran gewöhnt. Also das war ja schon gut. Ich sollte mich vielleicht mal für einen Volkshochschulkurs anmelden in Posaunenspielen. Was nehmen wir denn mal? Eine kleine Nachtmusik. Ich habe ja gerade eine kleine Nachtmusik gesehen. Eine kleine stand da. Da. Boah, komm, Amadeus Mozart. Ja, los geht's. Eine kleine Nachtmusik. Trap Mix. Okay, da bin ich mal gespannt. Äh. Es gibt zwischen zwei und vier Spadern, die in der jeweiligen Trombone leben. Okay. Es leben immer zwei bis vier Spinnen in so einer Posaunen. Und dann. Oh. 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 Oh Gott. Oh. Oh. Oh, das spielt doch so niedrig. Ah 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 Ich krieg einen Krampf im Finger Oh mein Gott Geht das noch lange? Oh mein Gott Mir fällt gleich die Hand ab So, das war aber jetzt ein S Oh, nur B? Oh, das war doch viel besser Das fühlt sich in der Hand ganz anders an als nur ein B Okay, nehmen wir einen anderen Track, würde ich sagen Was haben wir denn noch? Old Grey, Mare, okay Manche Songs kenne ich auch vom Namen her nicht All Game Ich weiß, es gibt auch Nationalhymnen Aber die muss man wohl freischalten Baboons, ja machen wir das mal Das klingt recht einfach Es steht auch, ah links stand ja auch dabei Welchen Schwierigkeitsrat das hat Ich hab bei der kleinen Nachtmusik auch nicht geguckt Das war wahrscheinlich schon ein bisschen schwieriger Und ab geht er Oh Hoppala Das geht vorbei Das ist der beste Ton Ich muss mich konzentrieren Oh mein Gott Oh, war ein bisschen früh Oh Gott, oh Gott, oh Nasty Haha, nice Oh, nasty War nicht gut Perfekt Oh Gott, oh Gott Ich kann nicht mehr Ehrlich Kommt man auf so eine bescheuerte Idee Und wie kann ich die bescheuerte Idee haben, das auch noch zu spielen Oh, richtig gut Das kann nicht gut geworden C B Ey, krass Ich hätte das für ein C gehalten Okay Track Select Dann schalte ich hier neue frei Und hier steht ja mal eine Difficult Ja, okay Das ist schon ziemlich schwer Machen wir was Einfaches Hier Zaratustra Das machen wir mal Zur Entspannung was Einfaches Ah, erstmal die Finger ein bisschen entspannen Das ist ganz schön anstrengend Okay, los geht Oh Na los, weiter geht's Oh, war okay nur Aha Na los, komm Das ist aber Zeit Es dauert immer, bis das weiter geht Na los, komm Ich will Action Jetzt geht's los Jawohl Perfekt So, was gibt das? Das gibt ein A Das gibt ein S Das gibt Jawohl Ja, ja Ja Da müssen noch hinten einer sein Hier Da müssen noch S plus oder so Richtig gut Okay, das war auch wirklich sehr leicht Ja, weiter geht's Was haben wir denn noch? Ich will was Ja, hier Guck mal Markiert Bam Ah, da steht doch immer, was ich hatte Hier habe ich ein S Da habe ich ein B Da weiß man auch, wo man sich noch verbessern muss Longtail Machen wir was Einfaches Machen wir was Gladiators Blue Danubas Oh Gott Stars and Stripes Das ist die Nationalhymne von God Save the King Krass, das ist ja sogar schon geändert Ja, los geht's Nationalhymne England So Krass Und schon geändert auf God Save the King Gab's wohl ein Update für So, es geht los Bitte erheben Sie sich Das ist das Einzige, was ich kann Das ist das Einzige Perfekt Ja, ist rein Das ist auch ein S Das muss ein S sein Jawohl Die Königin hatte einen privaten Dudelsack-Spieler Habe ich gehört Vielleicht braucht der neue König Äh Einen Trombone-Player Ich werde mich mal bewerben So, was haben wir noch Äh, Rosamunde Rosamunde Oh, das ist schwer Das ist schwer Eine Polka Von 1927 Ja komm Wir geben alles Das wird was Oh Gott Auf geht's Oh Kann nie mehr Mühel Ja, nimm ja Ja, nimm ja Das ist unmöglich Der Part ist am schwierigsten. Aber es ist voll anstrengend da drauf zu gucken, das ist richtig anstrengend da drauf zu gucken. Schaffen wir ein B? Aha, ein B schaffen wir noch. Okay, so weiter geht's. Oh Kanada, das ist die kanadische Nationale, ne? Ja, dann spielen wir die mal, würde ich sagen. So, bitte erheben sie sich erneut. Los geht's, ich werde mein Bestes geben, um Kanada würdig zu vertreten. Oh! Ah! 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 Also man muss sagen, Kanada hat schon eine recht schöne Nationale Hymne, wenn man sie dann richtig spielt, die so riecht. Naja, am Ende ist noch eine Arbeit rausgekommen. Oh mein Gott. Ich frage mich, was man mit diesen Punkten macht. Ob man damit irgendwas freischaltet dann? Hm, neue, neue. Oh, oh ne, ne, das mache ich nicht. Da fällt mir die Hand ab. All Game. All Game machen wir dann mal. Los geht's. Sieht recht einfach aus. Ich hoffe, das ist auch so. Auf geht's. Oh mein Gott. Oh Gott. Ja, ein bisschen ein bisschen verhauen, aber egal. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Aber okay. Wird ein B werden. Ich sag ein B. Ja, ein A sogar noch. Wow. Sehr nice. So, wollen wir mal schauen. Was haben wir denn noch? Old Grey. Mehr. Ja. Spielen wir mal. Bin ich mal gespannt. Mein Kind tut man irgendwie alle so, ne? Oder fast alle. Oh Gott. Oh Gott. Die Pferde lenken mich ab. Die Pferde lenken mich ab. Das ist voll anstrengend, da drauf zu gucken. Oh, ich drück irgendwo, wo gar nix ist, ah, nicht ganz, verdammt, retry Nein. So, was haben wir dann noch? Sugarplum Fairy von Tchaikovsky. Ja, die, die, die... Heißt das ein deutsches Zuckerfet? Wie heißt das ein deutsches nochmal? Egal. Aber man kennt's auf jeden Fall. Oh. Das war gut. Mhm. Töp, töp. Nein, jetzt muss doch noch keiner durchtanzen. Das irritiert. Haha, das irritiert. Ich bin froh, dass ich gerade keine Webcam habe. Da würde man mein verkrampftes Gesicht sehen können. Oh mein Gott. Aber ein A. Ein knappes A, aber ein A. So, was haben wir denn noch? Haben wir schon fast alle durch hier. Trombones, Skies. Okay, ja, machen wir das mal. Das machen wir mal. Das machen wir mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh, 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 da habe ich es gerade verscherzt Das war so gut Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ah, es geht noch weiter so da bin ich aber gespannt ich habe an einer stelle richtig versaubeutelt aber ganz gerade eben noch ein a meine herrn meine herrn okay da haben wir jetzt die 1 haben wir noch lang sind das ist ziemlich schwer und den auch schon trombone oh gott ohne ohne das ist richtig schwer okay los geht's du ich muss meine hand mal kurz schütteln das ist echt anstrengend so los geht's vor der wohl das fällt mir schon die hand ab jetzt weiß ich nicht warum das schwer ist kann ich mit dem c schon sehr zufrieden oh mein gott oh mein gott das war gut das könnte jetzt auch zu ende sein oh gott okay ja das war wirklich schwer weil es auch flott war ich habe nicht mal ich fand das war schon besser als b das war besser als ein b okay und dann haben wir noch ein song haben wir mehr okay es kommt doch noch ein paar mehr beethofen fünfte das nehmen als letzt noch rein auf jeden fall ist mittel etwas drüber schwer gott ich versuche es nicht zu versaubeuteln okay los geht's wo er guckt auch ganz streng und das war gut das war richtig gut oh Ich kann nicht mehr. Ich drücke aber nur auf den Knopf. Bitte nicht. Es ist bald Ende. Oh, ein bisschen drüber. Oh. Oh, ein B. Ein B, ich sag ein B. Es wird ein B. Ja, es wird exakt ein B. Ja, besser war es nicht, das stimmt. Ui. Ja, ein paar Songs kommen noch, die wir nicht gehört haben. Stars and Stripes haben wir nicht gespielt. Krass, kriegen wir auch nicht mehr ganz mit rein. Ähm, ja, witziges Spiel auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob da noch neue Songs kommen. Ich könnte mir vorstellen, dass mit der Zeit noch neue Songs nachgereicht werden. Das wäre auf jeden Fall cool. Macht auf jeden Fall Spaß, ist ja lustig. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Wenn ihr da mehr von haben wollt, äh, schreibt es in die Kommentare. Und, äh, generell würde mich natürlich freuen, wenn ihr in meine anderen Videos reinschaut. Ähm, oder euch da nochmal blicken lasst. Ja, da würde mich sehr drüber freuen. Wilhelm Tell, krass. Oh, also wir hätten noch ein paar für noch eine Folge. Ähm, ja, und dann würde mich natürlich freuen, wenn ihr in einem meiner weiteren Videos oder vielleicht in Trombone-Champ nochmal reinschaut. Und ich verbleibe mit einem. Ciao, ciao.